mit wind und allem drum und dran ist am ende sogar weitergesprungen aber er hat deutlich besseren wind gehabt so jetzt sind wir bei ryoyo kobayashi von 9 mache ich jetzt mal die augen zu weil ich glaube jetzt geht es noch mal zwei stocke höher ach du gott ach großer gott wo ist denn der 250 plus x für kobayashi 52 der ist das netz übergeschlappt so was steht da gleich offiziell 52 jawohl 252 meter und damit haben wir hier in planitza einen neuen schanzen rekord bisher stand dabei 251 halb von jahr brutal ja brutal guck mal wo der wo der steht also wenn jemand im schwimmbad schon mal auf dem 10 meter brett stand dann kann guckt er auch noch hoch das garantiere ich dir zu kobayashi ja brutal aber wie der das da unten hinfliegt der bleibt voll auf dem voll auf dem pedal aber komplettes programm der weiß hat nur eine chance sobald er aufmacht kommt er hinten dran und sobald er landet sind die füße hinten am exit geht keine chance da greift er sogar noch leicht im schnee sie 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 sie